Hallo liebe Freunde der Rekordablösesummen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Karrieren. Heute widmen wir uns auf Anfrage eines Abonnenten einem noch recht jungen Mann, der zwar aktuell nicht in der Bundesliga spielt, aber den es bereits zweimal nach Deutschland verschlagen hat. Die Rede ist von Kevin De Bruyne. Viel Spaß! Am 28. Juni 1991 erblickt Kevin De Bruyne im flämischen Drongen, einer Teilgemeine der belgischen Großstadt Rennes, das Licht der Welt. Schon früh in seiner Kindheit fällt den Jugendtrainern des jungen De Bruyne seine technische Finesse auf, die sich insbesondere dadurch äußert, dass der kleine Kevin, anders als seine jungen Mitspieler, mit dem rechten wie linken Fuß abschließen kann und stundenlang an seiner Schusstechnik feilt. Sein unbändiger Ehrgeiz und Trainingswille verschaffen De Bruyne zunächst einen Platz in den Jugendmannschaften des KAA Rent und schließlich ein Wechsel zum KRC Genk, wo er am 9. Mai 2009 im Alter von 18 Jahren in der höchsten nationalen Herrenspielklasse der Jupiler Pro League bei einer 0 zu 3 Heimniederlage gegen Sporting Charleroi debütieren darf. Seinen zweiten Profieinsatz zum Ausklang der Spielzeit 2008-2009 feiert der Mittelfeldmann am letzten Ligaspieltag gegen den RSC Anderlecht. Dass er zu Beginn seiner ersten kompletten Saison als Lizenzspieler für den belgischen Topklub bereits in den wichtigen Playoffspielen zur Europa-League-Gruppenphase auf internationaler Ebene spielen darf, ist keineswegs der dünnen Personaldecke der Genkler geschuldet. Vielmehr entwickelt sich der junge De Bruyne in seiner ersten richtigen Profisaison 2009-2010 auf Anhieb zum Stammspieler, bestreitet 26 Ligaspiele und erzielt am 7. Februar gegen Standard Lüttich in für ihn typischer Manier per Distanzschuss sogar sein erstes Profitor. Nach zwei furiosen Jahren in Genk, in denen der Offensiv-Allrounder auch auf europäischem Parkett in der UEFA Champions League Duftmarken setzen kann, wechselt Kevin De Bruyne im Sommer 2012 endgültig zum FC Chelsea London, der ihn bereits im Januar desselben Jahres verpflichtet, allerdings postwendend wieder zum KRC Genk verliehen hatte. Doch auch nach Ablauf dieses halbjährigen Leihgeschäftes wird De Bruyne ein Platz im Kader des FC Chelsea verwehrt, sodass er direkt im Anschluss und seine Zeit in Genk zunächst auf Leihbasis für ein Jahr zum SV Werder Bremen erstmals in die Bundesliga wechselt. Dort hinterlässt er einen starken Eindruck, markiert in 33 Ligaspielen 10 Treffer sowie 9 Assists und bleibt wohl auch dem damaligen Werder-Manager Klaus Allofs im Gedächtnis, der sich bei seiner damaligen Station noch nicht mit den finanziellen Mitteln ausgestattet sieht, das Talent fest zu verpflichten. Dieses Vorhaben gelingt Allofs dafür 18 Monate nach dem Bräunes-Abgang aus Bremen, nachdem der Belgier sich im Rahmen jener anderthalb Jahre von Chelsea-Coach José Mourinho insbesondere hinsichtlich seiner Einsatzzeiten ungerecht behandelt fühlt, entschließt er sich im Januar 2014 für einen Wechsel zum wirtschaftlich potenten VfL Wolfsburg für eine Ablösesumme in Höhe von 22 Millionen Euro. Bereits in der darauf anknüpfenden Rückrunde deutet Wolfsburgs Neuverpflichtung seine Qualitäten an, als er in 18 Pflicht spielen 10 Scorer-Punkte zu einer ordentlichen Saison der Wölfe mit Platz 5 in der Bundesliga und dem damit verbundenen Einzug in die UEFA Europa League beisteuert. In der Sommerpause 2014 bestreitet de Bruyne bei der WM in Brasilien sein erstes internationales Turnier für Belgien. In der Gruppenphase kommt er in zwei Spielen zum Einsatz. Das Achtelfinale entscheidet er beinahe im Alleingang, indem er in der Verlängerung beim 2 zu 1 Sieg über die USA ein Tor selbst erzielt und das zweite vorbereitet. Nach dem Viertelfinale, dass Belgien und de Bruyne mit 0 zu 1 gegen den späteren Vizeweltmeister Argentinien verlieren, ist für den 23-Jährigen das Turnier beendet. Explodieren soll er dann in der darauffolgenden Spielzeit, welche gleichbedeutend seine einzige komplette Runde für den VfL ist. Nach einem holprigen Saisonstart mit nur zwei Punkten aus den ersten drei Bundesligaspielen sowie einer ernüchternden 1 zu 4 Schlappe beim Europa League Auftakt gegen den FC Everton, beginnen die Wölfe unter der Regie des jungen Belgiers eine beeindruckende Durchmarsch bis auf den zweiten Tabellenplatz, den sie vom 10. Spieltag an nicht mehr hergeben. Kevin de Bruyne hat hierbei großen Anteil an den bis zu sechs Partien übergreifenden Siegesserien und weckt somit bereits im Herbst 2014, als er im Zuge der besagten Siegesserie in nur sechs Wochen auf starke acht direkte Torbeteiligung kommt, die Begehrlichkeiten bei den Granden des europäischen Vereinsfußballs. Nach seinem wohl stärksten Spiel der Saison zum Rückrundenauftakt am 30. Januar 2015 gegen den FC Bayern München, als de Bruyne zwei Tore und ein Assist zum überraschenden 4 zu 1 Heimsieg der Wölfe beisteuert, werden ebenfalls die Gerüchte über einen Wechsel des Offensivmannes zum deutschen Rekordmeister laut. Unterdessen spielen die Norddeutschen weiterhin eine bärenstarke Bundesligasaison, an deren Ende sie sich hochverdient mit dem zweiten Tabellenplatz die direkte Teilnahme an der UEFA Champions League sichern. Zudem erreicht der VfL auch durch einen starken Kevin de Bruyne das Finale des DFB-Vereinspokals, in dem mit der Borussia aus Dortmund ein Gegner wartet, der nach der Finalniederlage im Vorjahr auf den Titel in Berlin brennt. Tatsächlich legt der BVB los wie die Feuerwehr und erzielt durch Pierre-Emerick Aubameyang in der fünften Spielminute den 1 zu 0 Führungstreffer. Dass die Wölfe diesen Rückstand innerhalb der ersten Halbzeit nicht nur egalisieren, sondern gar zum 3 zu 1 Endstand umdrehen können, liegt auch an einer abermalig starken Vorstellung Kevin de Bruynes samt des Treffers zum zwischenzeitlichen 2 zu 1. Für de Bruyne ist es nach der belgischen Meisterschaft der zweite Titel in seiner Profilaufbahn. Zu Beginn der Saison 2015-16 soll gleich der dritte im Duell mit dem deutschen Meister, dem FC Bayern München, um den DFL Supercup folgen. In einem von Bayern weitgehend kontrollierten Spiel ist es die Vorlage des Belgiers auf Stürmer Niklas Bentner, die kurz vor Ende der 90 Minuten die 1 zu 0 Führung der Bayern ausgleicht. Dass unmittelbar daran anschließende Elfmeterschießen kann der VfL, auch weil de Bruyne sicher verwandelt, für sich entscheiden und holt binnen weniger Wochen den zweiten nationalen Titel. In der Folge entwickelt sich besonders im August 2015 ein heftiges Tauziehen um den Offensiv-Allrounder, an welchen sich mehrere internationale Spitzenvereine, aber auch der bereits genannte deutsche Interessent der FC Bayern beteiligt. Angeblich kommt es sogar bis kurz vor Ende des Sommertransferfensters zu einer Einigung zwischen dem Berater des Belgiers und dem Rekordmeister. Die Bayern allerdings weigern sich, den hohen Ablöseforderungen des VfL Wolfsburg nachzukommen, so dass Kevin de Bruyne schließlich am vorletzten Tag des Transferzeitraumes, dem 30. August 2015, für die Rekordablösesumme in Höhe von 74 Millionen Euro aus der Autostadt auf die Insel zu Manchester City wechselt. Addiert man diese Ablösesumme zu jenen, die bereits in den Vorjahren für de Bruyne gezahlt wurden, so erhält man die exorbitante Summe von 104,45 Millionen Euro, die der junge Mittelfeldspieler seinen ehemaligen Arbeitgebern bis dato in die Kassen gespült hat. Auch bei den Citizens fasst er im Star Ensemble von Manuel Pellegrini oftmals als Außenstürmer aufgebotenen Neuzugang schnell Fuß, erreicht in bisher 31 Pflichtspielen mit 26 direkten Torbeteiligungen einen Arbeitmals sehr guten Wert. Gegenwärtig laboriert Kevin de Bruyne an einer Knieverletzung, dessen Rehabilitation wohl noch bis April auf sich warten lässt. Doch nach seiner Wiedergenesung hat der ehrgeizige Nationalspieler nicht nur im Verein, sondern eben auch mit der belgischen Auswahl große Ziele. Denn das Nachbarland des Ausrichters Frankreich rechnet sich bei der Europameisterschaft im kommenden Sommer durchaus ein Mitspracherecht um den Titel aus. So Freunde, das war die Karriere des Kevin de Bruyne. Der junge Belgier hat natürlich noch einiges vor sich, ist ja gerade erst 24 Jahre alt. Umso beachtlicher ist dabei die Summe an Ablösezahlung, die er bis heute eingebracht hat. Schreibt mir welmer eure Meinung zu dem Spieler und seiner Karriere in die Kommentare. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Hier rechts könnt ihr nochmal die Folge von letzter Woche anschauen. An Safai würde das zumindest gefallen. Sportliche Grüße, bis bald!